Die Olympischen Reiterspiele, das wohl bedeutendste Turnier des Pferdesports. Doch worum geht es dabei überhaupt? Wen interessiert so etwas? Und welche wirtschaftlichen und finanziellen Mittel stehen dahinter? Genau auf diese Frage, welche Bedeutung der Reitsport in der Entwicklung der Geschichte der Olympischen Spiele und welche Bedeutung er im Vergleich zu anderen Olympischen Disziplinen bezüglich des Image der Politik und auch den erbrachten Leistungen hat, versuchen wir im Anschluss ein wenig darauf einzugehen. Die Geschichte des Olympischen Pferdesports ist zwei gespalten. Einerseits startete sie 680 v. Chr. in der Antike mit der Disziplin Tetripon, ein Viergespannrennen über zwölf Runden durchs Hypodron, die damalige Arena in Olympia, vergleichbar mit dem Zirkus Maximus in Rom später, wird dann immer mehr erweitert über Galopprennen mit zwei Runden, 648 v. Chr., über zwei Spender, 408 v. Chr., bis zu Vorrenreifen, 256 v. Chr. All dies war in Griechenland in der Antike. Diese Pferdesport-Wettbewerbe fanden im Hypodrom neben der Altes statt. Auch damals schon war der Pferdesport sehr kostenintensiv und auch Teil von Politik und Image der einzelnen Aristokraten und griechischen Alleinherrscher, welche ihre Pferde und Gespanne teilnehmen ließen. Allerdings nahmen diese nur selten die Züge selbst in ihren, sondern oft waren Sklaven oder Frauen die Reiter und Lenker der Tiere. Denn um Erfolg erzielen zu können, ist große Liquidität vonnöten gewesen. Und so handelte es sich bei Rennpferden dann auch um Statussymbole und teure Prestigeobjekte, um sich einen Wettbewerb mit auch sehr kompetitiven politischen Charakter zu beweisen und zu vergleichen. Für viele wohlhabende Zeitgenossen wie einige sizilianische Tyrannen, athenische und spartanische Aristokraten, tessalische Landbesitzer oder Mitglieder der steinreichen Platonmäher-Dynastie stellt es daher gar keine Frage dar, ob sie bei den hippischen Wettkämpfen antreten sollten oder nicht. Denn der Erfolg bei diesen Pferdesportwettbewerben ergab für die Angehörigen der griechischen Eliten eine durchaus politische Verwendung für diesen und zollte auch gewisse Anerkennung ihres Wohlstandes und Stellung in der Gesellschaft. Der historisch gesehen zweite Teil der olympischen Pferdesports begann 1912, als in Paris erstmals wieder die olympischen Reiterspiele dem olympischen Programm hinzugefügt wurden. Und hält mit einem Plag kleinen Aussetzern aufgrund von verschiedenen Pandemien und Epidemien, wie zum Beispiel dem aktuellen Equin-Herbis-Virus, bis heute an. Mit diesem Teil des olympischen Pferdesports werden wir uns jetzt etwas genauer auseinandersetzen und ihn ein wenig analysieren. Doch worin dieser heutige Wettkampf und auch die olympischen Reiterspiele an sich bestehen, rein sportlich gesehen, erfahrt ihr jetzt von Kim. Was für Disziplinen gibt es überhaupt im Reitsport bei Olympia? Bei den olympischen Spielen im Reitsport gibt es sechs Wettbewerbe, da es drei Disziplinen gibt mit jeweils einem Einzel- und einem Mannschaftswettbewerb. Und diese Disziplinen sind Springreiten, Dressur und Vielseitigkeitsreiten. Und das Besondere am Vielseitigkeitsreiten ist, dass es ein dreitägiger Mehrkampf ist und aus Dressur, Geländerit und Springreiten besteht. Nun wissen wir ja, welche Disziplinen es im olympischen Reitsport sportlich gesehen gibt. Doch werfen wir unseren Blick jetzt auf ein paar besondere Reiterspiele. Einige olympischen Spiele in den letzten 120 Jahren sind durch besondere Ereignisse in die Geschichte eingegangen. Zu diesen gehören auch einige im Reitsport. Die vier wichtigsten sind dabei wohl 1900, 1912, 1952 und 1956. Beginnen wir in der zeitlich-chronologisch-richtigen Reihenfolge bei 1900. Im Jahr 1900 wurden die Reiterspiele zum ersten Mal seit der Antike wieder in den olympischen Spielen aufgenommen. Diese unterschieden sich noch sehr von den heutigen Spielen. Anstatt der drei typischen Disziplinen des heutigen Reitsports gab es drei verschiedene Prüfungsarten in der Disziplin Springen. Die Teilnehmer traten mit ihren vierbeinigen Begleitern in Unterarten wie Hochsprung, Weitsprung oder einer Art des Springs, die wir heute in Stil oder Zeitspringen finden, an. Kommen wir zu den nächsten besonderen Spielen des Reitsports. Diese fanden im Jahr 1912 statt. Das Besondere an den Spielen 1912 waren jedoch die Teilnehmer. Es nahmen nur uniformierte Reiter teil. Dies war vor allem dem abkommenden Krieg geschuldet. Bis 1926 sollten kaum Menschen, die nicht dienten, an den Spielen teilnehmen. Im Jahr 1952 zeichnete sich die Spiele dadurch aus, dass zum ersten Mal Frauen an den Reiterspielen teilnehmen durften. Die letzten Reiterspiele, die sich stark von den anderen abhoben, waren im Jahr 1956. Geplant war, dass in dem Jahr 1956 die olympischen Spiele in Australien stattfinden. Jedoch kursierte in der Zeit eine für Pferde gefährliche Krankheit. Dies sorgte dafür, dass die Pferde entweder alle in Quarantäne gehen mussten, was dem Training der Reiter und den Pferden geschadet hätte und die Leistung der Pferde stark eingeschränkt hätte, oder dass alle Reiter auf australischen Pferden reiten, die somit nicht eingeflogen werden müssten. Auch diese Idee verwarf man wieder, sodass im Jahr 1956 nur die Reiterspiele in Stockholm, Schweden stattfanden. Es war das erste Mal, dass die olympischen Spiele nicht alle an einem Austragungsort abgehalten wurden. Nun kennen wir schon ein paar besondere Spiele des olympischen Reitsports. Doch werfen wir unseren Blick nun auf ein paar generell besondere olympische Spiele. Die Paralympics. Denn auch hier ist der Reitsport vertreten. Seit vielen Jahren sind die Paralympics ein wichtiger Teil der olympischen Spiele. Nicht nur im Reitsport, sondern auch in anderen Sportarten treten hier Menschen an, die durch ihre geistige oder körperliche Entwicklung nicht mit anderen Menschen vergleichbar sind. Die Paralympics im Reitsport finden seit 1996 statt und es sind nur körperliche Behinderungen zugelassen. Der Reitsport baut so gesehen auf einer perfekt gelernten Sprache zwischen Mensch und Tier auf. Pferd und Reiter lernen im Laufe ihrer Ausbildung, Signale wie Anweisungen zu verstehen und darauf zu reagieren. Sie kommunizieren auf eine meist lautlose Art und Weise. Menschen, welche ihr Leben lang mit Einschränkungen gelebt haben, lernen mit ihrem Pferd gemeinsam eine andere Sprache als die, die keine Einschränkungen hatten. Die Menschen, welche durch Unfälle in solche Situationen getrieben werden, müssen neu sprechen lernen und nicht nur sie, auch ihr Pferd. Gerade für Menschen, welche ihre Beine nicht oder nur eingeschränkt nutzen können, ist dies sehr schwer. Beim Reiten bauen fast alle Lektionen, Figuren sowie Tempi-Wechsel auf Schenkeldruck und Gewichtsverlagerung auf. Es ist also nur natürlich, dass diese Menschen nicht gleich bewertet werden können, wie Menschen, welche alle Körperfunktionen uneingeschränkt nutzen können. In den Paralympics wird nur die Disziplin Dressur geprüft. Hier geht es anders als in den Olympischen Spielen, nicht um das perfekte Ausführen von Piaffe oder Passage. Es geht darum, dass Pferd und Reiter harmonieren. Da den Menschen filigranes Einwirken oft nicht möglich ist, werden die Reiter in vielen Punkten kreativ. In Deutschland wird diese Art jedoch nicht stark unterstützt. Den betroffenen Personen fällt es schwer, Pferde mit guten Veranlagungen, die entsprechend ausgebildet sind, zu bekommen. Wir wissen also jetzt, in welcher Art und Weise und seit wann die Olympischen Reiterspiele stattfinden und ausgetragen werden. Doch lass uns nun einen etwas theoretischeren Blick hinter die Fassaden dieser werfen. Wie sieht es mit der Geschlechterverteilung aus? Welche Rolle spielt Deutschland als teilnehmende Nation? Wie ist das Image allgemein? Und natürlich auch, wie sieht der finanzielle Hintergrund aus? Wie ist das mit der Geschlechterunterteilung bei den Olympischen Spielen im Reitsport eigentlich? Frauen bekamen zuerst 1952 in der Dressur und später dann auch im Springreiten und in der Vielseitigkeit die Möglichkeit, an den Wettbewerben teilzunehmen. Heutzutage, also im normalen Reitsport, liegt die Frauenquote so bei 78%. Aber beim Hochleistungsreitsport wie beim Reitsport bei Olympia liegt die Frauenquote nur bei 11% und deutlich mehr Männer gehen hier an den Start. Eine weitere Besonderheit im Reitsport bei Olympia ist, dass die Geschlechtertrennung nicht üblich ist. So sind Reitsportdisziplinen wie Dressur, Springen und Vielseitigkeit die einzigen olympischen Sportarten, bei denen Frauen und Männer gemeinsam antreten. Und auch bei den Pferden gibt es keine Unterscheidung hinsichtlich der Rasse und des Geschlechts. Wir wissen nun also, dass das Geschlecht der Reiter oder Pferde bei Olympia keine Rolle spielt. Doch welche Rolle spielt Deutschland als teilnehmende Nation? Deutschland als Nation spielt im Reitsport generell eine sehr bedeutende Rolle, aufgrund von historischer Zucht und guten Abspannungen. Dieses macht sich auch in olympischem Kontext bemerkbar. Seit 1912 gehörten die deutschen Reiter 23 Mal zum Programm der olympischen Spiele. Mit insgesamt 91 olympischen Pferdesportmedaillen, darunter 41 goldenen, führt Deutschland das 100-jährige Medaillenranking zwischen den verschiedenen Staaten an. Obwohl Deutschland viermal nicht an den olympischen Spielen teilnahm. In Abverten 1920, in Paris 1924, Los Angeles 1932 und London 1948 gingen keine deutschen Reiter an den Start. Ein weiterer bemerkenswerter Punkt neben der hohen Erfolgsquote Deutschlands ist, dass fast alle der teilnehmenden Pferde ursprünglich aus Deutschland oder aus Europa kommen und deutscher Abspannung sind. Da in anderen Orten der Welt Pferde eher Arbeitstiere sind und gerade der Dressursport in Europa sehr viel dominanter ist als in anderen Staaten, wie zum Beispiel in den USA. Dort ist das Westernreiten am etabliertesten. Dementsprechend sind auch deren allgemeinen Voraussetzungen für Pferde anders aufgebaut. So sind dort fast nur die etwas kräftiger gebauten Quarter Horses zu finden, welche dann eben zum alltäglichen Brauch und zum Hüten bessere Voraussetzungen haben. Auch liegt ihr eigentlicher Ursprung ebenfalls in Nord- und Südamerika. In Europa und gerade Deutschland sind eher Warmblüter wie Oldenburger oder Hannoveraner verbreitet. Und auch im Springen oder in der Dressur, also im Turniersport, sind diese aufgrund ihres Aussehens, Gemüts und ihrer Kraft sehr gescheitert. Auch kommen viele Springpferde hier aus Schleswig-Holstein oder Niedersachsen. Da woanders einfach der Platz zur Zucht oft fehlt, aber auch einfach die Abspannung nicht so perfekt aufeinander passt. Daher liegt auch das größte Gestüt Deutschlands, das Gestüt Brümerhöf, in Niedersachsen. Genauer gesagt in Soltau. Zudem ist auch die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten und somit auch in der Historie der Olympischen Spiele, Isabel Wert, deutsche Herkunft. Mit sechs Goldmedaillen und viermal Silber übertrifft sie seit den Olympischen Spielen in Rio 2016 den bis dahin erfolgreichsten Olympiareiter Dr. Rainer Klimke, der ebenfalls sechs Goldmedaillen, aber in Anfangszeichen nur zweimal Bronze gewinnen könnte. Hans-Güter Winkler hält den Rekord bei den Springreitern mit sieben Olympischen Medaillen, darunter fünf Goldene. Auch ist die sechsfache Olympiasiegerin mit insgesamt zehn Olympischen Medaillen, neunfache Weltmeisterin, zwanzigfache Europameisterin und vierzehnfache Deutsche Meisterin und damit weltweit die erfolgreichste Reitere im Ressursport, aber auch allgemein gesehen. Nun wissen wir also auch über die olympische Bedeutung der Rolle Deutschlands als Teil der Nation Bescheid. Doch wie sieht es innerstaatlich aus? Wer guckt sich das an? Wie ist das Image des Reitsports? Dies werden wir uns am Beispiel der Olympischen Spiele 2016 in Rio angucken. Der Reitsport gehört bei den Olympischen Spielen 2016 zwar nicht zu den beliebtesten Sportarten, dennoch ist der Reitsport allgemein in Deutschland sehr beliebt. So gaben 2016 rund 14 Millionen Befragte an, Interesse am Reitsport zu haben. Rund vier Millionen interessieren sich ganz besonders für diese Sportart. 3,8 Millionen bezeichnen sich selber als Reiter und 1,2 Millionen betreiben diese Sportart intensiv. 2016 wollten so auch 18% der Deutschen bei den Olympischen Spielen in Rio den Reitsport live verfolgen. Im Vergleich wollten 57% der Deutschen Leichtathletik verfolgen. Der Reitsport ist so nicht unbedingt eine der Lieblingssportarten bei Olympia, dennoch steht er auf der Liste der 15 beliebtesten. Vergleicht man nun beispielsweise ein Reitsstadion mit anderen Stadien anderer Sportarten, dann fällt auch hier auf, dass der Reitsport doch recht viele Zuschauer anlockt. Das Hauptstadion des Reitsports in Deutschland ist das Reitsstadion in Aachen. Der Innenraum ist 150 mal 120 Meter groß und es gibt ca. 40.000 Plätze. Auch das Deutsche Bankstadion als Dressurreitstadion in Aachen ist nicht klein und hat eine Kapazität von 6.300 Plätzen und ist die weltweit größte Arena ihrer Art. Das Olympiastadion in Berlin hingegen ist natürlich doch noch etwas größer und hat ca. 74.500 Plätze zu bieten. Und auch beim Fußball sind die Stadien doch meist größer und die Allianz Arena in München umfasst so ca. 75.000 Plätze. Doch vergleicht man den Reitsport und die Stadien mit anderen olympischen Sportarten wie Schwimmen oder Handball, dann haben Reitsstadien doch mehr Kapazitäten als Schwimmen- oder Handballstadien. Das Schwimmstadion in Berlin beispielsweise umfasst so gerade einmal 18.500 Plätze und ist so deutlich kleiner als ein Reitsstadion. Insgesamt hat der Reitsport doch ein recht gutes Image und ist gern gesehen bei den olympischen Spielen. Auch werden viele Zuschauer begeistert von dem Sport und viele Zuschauer trudeln in das Reitsstadion ein, um den Reitsport bei den olympischen Spielen anzuschauen. Was unterscheidet die olympischen Reiterspiele jetzt aber hinsichtlich der Wirtschaft und der Politik von anderen olympischen Disziplinen? Fangen wir einmal mit der Finanzierung an. Die Veranstaltung der Spiele kostet ungefähr 10 bis 15 Milliarden Euro. Die Reiterspiele sind nur ein kleiner Teil von diesen und trotzdem kostenaufwendig. Nehmen wir nun einmal das Wichtigste fürs Reiten, das Pferd. Ein gutes Pferd bekommt man schon ab 100.000 Euro. Nur dieses Pferd ist dann keineswegs olympiatauglich. Um einmal ein Beispiel zu nennen, das 2020 verstorbene Wunderpferd Totilas war ein Dressortpferd. Es war das teuerste und wurde mit 10 Jahren für etwa 10 Millionen Euro verkauft. Hier hat sich das Ganze natürlich durch Bekanntschaft, Abstammung, Leistung und Veranlagung hochgespielt. Gute Trainer schaffen es, ein Fohlen, das für 20.000 Euro gekauft wurde, in wenigen Jahren so auszubilden, dass sie es ab 1,5 Millionen Euro weiterverkaufen können. Hierzu kommen jetzt noch laufende Kosten. Im Vergleich zu anderen Sportarten kostet der Reitsport deutlich mehr. Nun haben wir uns ein wenig über die olympischen Reiterspiele informiert und können jetzt versuchen, eine mögliche Antwort auf unsere Leitfrage zu finden. Wenn wir den Reitsport in den Vergleich zu anderen olympischen Sportarten stellen, fällt auf, dass er zwar nicht direkt zu den beliebtesten Sportarten der Deutschen gehört, jedoch trotzdem viele Bürger und Bürgerinnen diesen live oder im Fernsehen verfolgen wollten. Auch wird erkennbar, dass sich seine Rolle im Laufe der Geschichte geändert hat. So war Pferdesport ein bedeutender Teil der Politik und Gesellschaft in der Antike, wohingegen der Reitsport inzwischen nur noch Reitsport ist und kaum etwas mit Politik zu tun hat. Ein weiterer Punkt, der uns klar werden konnte, ist, dass der turnierorientierte Reitsport eine Art großes Zentrum hier in Deutschland und Europa besitzt. Unter anderem aufgrund der Pferdezucht, der bekannten Trainer und der guten Ausbildung. Die herausstechendste Eigenschaft des Reitsports sind jedoch in gewisser Weise die Finanzen. Denn hier kann es im Fall von kurzer Zeit zu enormen Wertsteigerungen von Pferden kommen. Aber auch die Basispreise für Pferde sind relativ hoch. Wie die Tierhaltung an sich. Es laufen also hinter diesem sportlichen Ereignis der olympischen Reiterspiele sehr große Geldsummen in verschiedenen Unterbereichen, die so direkt nicht mit dem Reiten selbst unbedingt zu tun haben und eine Verwendung zu bringen sind für jeden. Geschichtlich gesehen hat also der Pferdesport damals ein wenig den Weg für die Hinzunahme weiterer olympischer Sportarten gesorgt. Und auch heute noch nimmt er als geschlechterneutraler Sport in gewisser Weise eine beispielhafte Vorzeugerrolle ein. Jedoch hat er an politischer und auch an gesellschaftlicher Bedeutung verloren und ist nur in bestimmten Kreisen oder Gruppen stark von Bedeutung uninteressant. Doch besitzen Aktionäre im Reitsport immer noch irgendwo einen gewissen Einfluss auf die olympischen Veranstaltungen. Da man für das Reiten bestimmte Arenen und Stadien braucht, aber auch die adressierten Personen vermutlich ein wenig von der hohen Liquidität der Aktionäre und deren Lobby beeinflusst sind. Das war es mit unserem Video zu den Olympischen Reiterspielen. Wir hoffen es hat euch gefallen und wir konnten euch ein bisschen den Reitsport und unsere Forscherfrage näher bringen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder kreative Schulaufgaben lösen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder kreative Schulaufgaben lösen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder kreative Schulaufgaben lösen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder kreative Schulaufgaben lösen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.